Ja, hi Leute! Heute wollte ich euch mal meinen Schlüssel vorstellen. Also, ja, hier ist ein Schlüssel drin, das ist klar. Ein Schlüssel plant von Playstation 2. Ja, Playstation 2. Äh, ja, wissen nicht warum Playstation 4 nicht dran ist. Und das Teil ist besonders, weil das ist erstens... Oh, man muss es anschalten. Eine Taschenlampe, also mit einer rote. Und wenn man sein Schlüssel irgendwie verlegt hat und Winden nicht, dann muss man einfach pfeifen und dann geht der an. Also, dann macht er so einen Täusch. Okay, ich pfeife jetzt mal kurz. Drei, zwei, eins. Ja, er hört's. Ja. So, jetzt pfeife ich mal jetzt. Also, seht ihr hier? Hier, der Schlüssel, ich. Ich hab meine Hände hier, ich bin weg vom Schlüssel. Ja. Das geht auch sehr weit. Also, ich geh jetzt mal kurz hier hinter. So. Und jetzt? Ihr seht's. Ja. Das ist der Schlüssel. Okay, dann abonniert mich, liked mich und schaut meine Videos. Tschüss. Das ist der Schlüssel. Ich hab meine Videos. Die Schlüssel.